hallo liebe freunde pfeifenfreunde auf youtube ich hatte wir hatten heute schon mal ein video eingestellt hat uns da extra beide eine pfeife angemacht das ist hier meine kamera frau sollte auch mit aufs bild hatte da was kleines erzählt ja weil wir hatten kindergeburtstag hier unser sohn hat geburtstag und es war eine amüsante video der dann aber von youtube rausgenommen worden ist weil wir hatten falschlicherweise etwas weihnachtsmusik im hintergrund wo die gema wohl nicht mit einverstanden war und so kann das dann passieren deswegen machen wir sie mal wieder tonlos ich rede sie schweigt aber sie sagt ja ich wollte einfach noch mal ne frohes neues jahr noch nicht aber schöne weihnachten allen lieben hier sagen im unter dem yogi ralf dieter und wenn ich vergessen habe den helmut und den michael und ihr kennt euch ja alle selbst ihr wisst wenn ich meine ja wünsche schöne weihnachtszeit schöne tage und frieden und und wo ich sie schon ein bisschen fertig aus wir hatten heute morgen hier dieser kindergeburtstag und ich mache ja auch hier die küche bei uns ich koch so alles macht die vorbereitung also bei uns steht der mann am herd und wir sind fertig ja hat man jetzt auch schon mal schläppchen gegönnt einen schönen bolli der kommt aus der südeifel aus dem schönen ort wo er gerne urlaub machen und wandern gehen da will ich irgendwas zu einstellen ja du sollst auch was sagen ja ich wünsche euch allen ein frohes weihnachtsfest und vielen dank für die lieben grüße die ich schon bekommen habe und ja ich werde demnächst vielleicht auch mal ein video drehen und bisschen was von mir erzählen ja ich hoffe gerade mal wieder nachdem ich mein vorhin noch einen film von yogi angeschaut habe wo er den hh bolt kentucky rauchte oder verschwärmte den will ich mir auch mal rein tun ich habe hier gerade den hh old dark freed der ist auch gewaltig und ich werde mich mal mit dem anderen noch beschäftigen ab und zu brauche ich sowas aber denn hier habe ich auch recht langsam weil uns ich bin schon durchs holzimmer geflogen das brauche ich nicht wieder das war ein das habe ich noch nicht so was naja also das video heute morgen das war auch schön da hatte ich noch eine lese pfeife wir werden das noch mal nachstellen genau krecke McCarthy rauch mal ja so das war es von meiner seite aus soll die zu lang werden nur ganz kurz ich sehe grad drei minuten dest« ich bin am Kreyner snel geladen jetzt du Orbih 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 非常的 Orbih Orbih Orbih